ja moin ihr lieben ja wurzeltag und so und ich musste mich ja moralisch darauf vorbereiten deshalb habe ich die letzten zwei tage im stream gemacht ja ne quatsch am freitag war ja der berühmte stromausfall im blog 13 13 minuten live stream das war rekord und ja gestern wollte ich war ich einfach zu müde und bin dann bei die expense hängen geblieben geile serie kann ich nur jedem der gerne science fiction serien guckt nur empfehlen ja und heute geburtstag 57 jahre und kein bisschen leise und ich habe es ja glatt geschafft mein song auf spotty zu parken das war ja mein wunsch an mich selber guck mal hier mein erstes stück auf spotify und ich habe euch euer schönes song auf spotify parken check schocker gut leute also heute wird erst mal gefeiert und morgen dann voraussichtlich wieder ein livestream stay tuned bleibt mit treu und alles bis gitarre war tschüssi ch fame Vielen Dank.